hallo leute willkommen zum ersten vlog warum einfach einfach wollte mal danke sagen für die tollen post unter dem 500 video rezept von mir und die vielen likes damit verbunden waren ja wir haben ein bisschen mehr kunst gehabt zum feiern 500 gefällt mir angaben mittlerweile auf der homepage der bio koch.de über facebook auch hierfür vielen dank auch hier kommen sie aus aller welt ist jetzt da die mongolei wir haben china dabei glaube ich zumindest japan auf jeden fall dafür dann haben wir noch einen höhepunkt gehabt eine million klicks auf youtube auch besonders ja was steht so an die woche wir machen ein bisschen asiatisch wahrscheinlich noch mal ein braten würdeln diesmal mit rindfleisch ein veganer gemüsespieß ist jetzt online seit kurzem man sieht ja noch wie er wog überhaupt eingebrannt wird den wir haben dann machen wir eine möhrenpesto möhrenpesto woraus macht man die aus dem möhrengrün natürlich ja das war es eigentlich die erste ausgabe zum vlog wollt ihr so etwas öfters haben gefällt euch das dann schickt mir eine post eine e-mail über die üblichen sachen können wir was schicken über facebook über finder ist über twitter über google plus direkt als post auf der homepage als e mail oder hier im youtube channel und hier am youtube channel jetzt auf mich klickt könnt ihr mich wieder abonnieren da seid ihr gleich im kanal drin